Ja hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Vlog. Ich habe ja zum Weihnachten eine Besichtigung unseres geliebten Olympiastadions bekommen und ich habe heute den ganzen lieben langen Tag für euch gefilmt und diese Anreihung von Filmen und Fotos seht ihr jetzt im Anschluss. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.